Also Hallo und Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich ein ganz besonderes Tutorial für euch vor. Und zwar, heute geht es nämlich darum, Fiesteln in einer Drehung. Also wenn ihr jetzt eine Drehung machen wollt, dann müssen wir zuerst in die Fiesteln-Rundposition gehen. Dies ist jetzt die Grundposition im Fiesteln. Dann müssen wir diesen Fuß nach vorne setzen. Und den anderen Fußabstoß ein bisschen stärker ist wie mit dem Vorderfuß. Und dann setzen wir die Füße so oder in Ausnahmefällen so. Aber was ganz wichtig ist zum Beachten, für die Gelenke immer genug Freiraum halten. Wenn ihr sonst so stehen würdet, wäre das Knie gleich ab. Wenn ihr so stehen würdet, dann hat das Knie genug Zeitraum, um sich zu drehen. ohne dass irgendetwas passiert oder oder irgendetwas beißt in eurem Gelenk. Also, jetzt mal das Ganze schneller. Position. Fußtreten. So und zack machen wir die Drehung. Und von der anderen Seite funktioniert das genauso. So. Wieder Position. Mit dem rechten Fuß nach vor. Und mit dem Hinterfuß und Vorderfuß abstoßen wir der Hinterfuß wieder mehr. So. Jetzt haben wir die Drehung. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal. Like, noch ein Like bitte. Wäre sehr nett. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr dieses Video findet. Also, tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschau.